Nee, ich vermiske ihn noch weg, jetzt spiele ich mit den Reaper-Skin, ich hasse ihn. Oh nö, gar keinen Bock. Donnie? Ich spiele gerade bei den hässlichsten Battle-Pass-Kinder-Welt. Welch? Einer der hässlichsten, einer der hässlichsten Sensen-Mannen. Also du? Ja. Ich hasse den. Ich hasse ihn über alles. Jamon? Ich musste so glücklich durch kotzen. Warum? Ah, Copyright-Musik, ich verliere. Keine Musik, sonst gibt's Stress. Danke. Dissemin autographs in der Jahrh seniors. Dissemin viewing den R다는 die Pflichtung. Ich hab einen... Lolololololol. Ronny, die Runde geht schon los. Ist das schon klar? Bin ich drin? Ja. Eins Alba. Ähm, das heißt Maul. Kappa. Ding dong, schlaff heut nicht ein. Hier ist noch ein Expeditionsaußenposten bei mir. Ja, da geht Lunch kurz. Ich höre mal über die Kisten. Also immer ein bisschen Loot. Ich hab den neuen Revolver. Brauch auch Loot. Die bekommen auch gleich Loot blärt. Hier sind zwei Kisten noch. Eine gönne ich mehr davon. Ich hab nur ne Silenzpiste und ne Revolver. Und du? Kotze, schlaff weit. Guck mal, was wir beide haben. Guck mal, was wir beide haben. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber warte, ich muss gleich zuschaue. Nicht Road to 40 Abos, sondern... Äh... Teil. Okay. Road... To... Event. Nein, Road to 45 K. Äh... Digga. Lass mich in Ruhe, Katze. Lass die Katze in Ruhe. Nein, Spaß. Ich hör mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Katze. Lass die Katze in Ruhe. Nein, Spaß. Also... Sven Rattel... Oh, meinst... Bilder? Du hast ne Schwitzer?! foot worse. Natürlich! Einen schwarzer Ritter und ne rote Ritterin. Digga, lass nur... Digga! Johnny, wo bist du? Digga! Jetzt bin ich gestorben, Mann. Läufte! Hätt noch', würdest du mich? Hättest mir geholfen, wäre ich jetzt nicht gestorben. Oh, nö, gar keinen Bock. Du nervtest jetzt. Du nervtest jetzt als Entschädigung. Nein, mach ich nicht. Ey, meine Katze hat gestört. Kein Wunder, tut mir leid. Digga, meine Katze schützt auch immer, aber ich will mich auch immer an Tiffeln. So richtig, das sind so mega Schwitzer. Ey, ich hab gar keinen Bock mehr. Ich hab gar keinen Bock mehr. Dort, dort, die haben alles. Die haben neue Pumpkin, die haben Scar, die haben RPG. Ja, das schaffst du nicht. Die haben alle Schild, die haben alles. Ich bring die um, ey. Ich hab hier keinen Bock mehr, ey. Bring dich um. Bring dich um. Dank. Bring den um, Schwitzer. Guck dir diese Schwitzer an. Was sind Schwitzer-Kombinationen die haben? Komm. Ich will mal Penzer zumachen, es ist zu kalt. Ich will weiter Rusio Daddy spielen. Das geht aber nicht, weil wir sind nur zu zweit. Das geht. Das ist mal zu dumm, ey. Was ist denn? Lass einfach versuchen mal... Guck. Wann, komm, wann, 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 wann. Was macht? Ey, guck mal. Ey, Luz, was macht man, wenn du ne Freund hast? Was macht man dann? Baby. Jetzt können wir endlich bumsen. Wumms. Yeah. Lass mal mit Lukas spielen. Ich weiß nicht. Oh nö, ich spiel die ganze Zeit dumm mit Nico. Geht nicht. Was ist das? Blecher Ucher. Guck dir jetzt die Party an, diese Pussy, blöd. Digga, der kommt nie rein. Lütter Puh, ey. Wollen wir eins in eins machen, dann geht die Zeit am schnellsten rum. Ja? Vielleicht. Ja? Vielleicht. Mir wird angezeigt, bei Salomatico 26 von 16 und bei Mako Mako 99 von 16. Vielleicht schneller, gut 88 von 16. Komm, klick bereit. Ding dong, schlag heute nicht ein. Bitte, ganz schnell andere Skin, ganz schnell. Aber andere, schnell andere Skin. 1-2-1 Master Skin. 1-2-1 Master Skin. Ganz Schnee. Blöd, schneere Spiegel, schneere Spiegel. Wo bin ich? Blöd, ja hier. Wird er Mensch. Schack nicht mal bereit. Klick bereits. Nee. Was für Neee, Lukas. Warum schreib ich ihn? Warum schreib ich ihn? Dornen построit Dornen Ja die Sehen mitmachen gesetzt schiff wer geschrieben dazu okay ich weiß nicht und ich mag es schon anfangs enden vorbeiztabend hallo fragezeichen und er sagt und ich so warum mit dem Sticker wer so zocker schön ja ich will mitmachen ich schreibe darauf und er hat dem noch nix geschrieben vielleicht wie die letzte deutsche ich ruf mal Luca an er ruft den an und truf mich auf an ich ruf ihn ich finde ihn jetzt nicht ruf mich als erstes an warte mal sonst wird er safe auflegen ich ruf ihn erst mal an ich habe das nervt nicht bei mir spackern das internet rum ich kann ihn gar nicht anrufen wo mein internetkarte auf meiner pläsi richtig gut ist sogar kacke internet jetzt geht's warte mal scheiße warte mal 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 ich ruf mich ran warte mal ich hab'n hallo ich hab'n hallo geschrieben hallo mit fragezeichen und der such'n nerf nicht na Das ist ein Arsch. Dicke, nur weil mit Niko... Niko, Dicke. Weißt du, der Kumpel, der grad spielt, der, weißt du, der gemacht hat, der kickte mich halt auf der Party, nur weil ich ihm gesagt habe, dass... nur weil ich einfach mal geredet habe. Alter. Ich hab einfach mal geendet, der heißt Du hast my Keks. Ich hab halt gesagt, ich nerve nicht, aber der so, ja, aber ich nerv mich gerade. Hä? Ich schreib mal dein IQ 0. Alter, was mach ich grad für ne Scheiße. Deine IQ 0. Meine IQ 3. Deine IQ 0. Haben Kumpel, haben Kumpel nochmal gejoint. Ein Kumpel ist nochmal gejoint. Wir müssen in Game Chat gehen, okay? Warte, warte, ich will nicht in Game Chat schicken. Okay, aber schicken, mach mal... Geh mal schon mal in Game Chat, okay? Ja. Hi. Ey. Raus, Digga, raus aus der Hut. Aha. Hi. Hallo, IC Camper? Nein. Doch. Kapper? Wollen wir wieder Sieg holen? Ja. Hi. Was ist los? Warte, warte ich auf jeden Fall nicht so Nosekin? Oh, ich war sogar recht geil. Ich bin Nosekin. Nosekin Squad. Ah, doch irgendein Backpack, der Geld kostet. Ähm, wieso? Hab ich nicht. Einfach so, Fake Nosekin. Also ein Rucksack, der Geld kostet. Ähm. Hab ich nicht. Ey, weil so ein Backpack sollst du aus Battle Pass oder so? Ja, dann... Nein, nicht Kreativ, muss ich das nochmal rumspielen. Ja, Squats! Ey, warum wurden die Piss-Modi Sky hier rausgenommen? Wie ein Chinese mit seinem Schwert. Ich bin der... Eigentlich bin die Geschwisse. Bitch. Kapper. Guck mal. Julian, ich gucke, wie ich freigeschaltet habe. Endlich. Nein, Julian, nimm wieder ein normales Ding. Und, Johnny, mach mal den bereit. Ja, Moment. Äh... Papa. Zeig's Papa. Digga, mein Cotter. Ich bin der Einzige noch nicht. Warum was ist denn? Weil die weibliche Variante geholt vom Jäger und das Set. Weil die erste Zeit später rankommen. Lass sie lieber weibliche holen sollen. Also sie ist da ganz sicher, ey. Ich finde die Männchen echt scheiße, irgendwie. Hallo. Louis, 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 Louis. Ha! Sie ist da ganz sicher. Sie ist da ganz schön. Alle essen. Die sind nichtbewusst. Gott. Sie wissen. Leute, Leute, Leute. Leute, 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 Bruder, prankt ihr mich? Hallo? Oder prankt ihr mich? Wir kommen streamen. Bruder, wo sind... Warum könnt ihr nicht reden? Ich glaube, ihr könnt auch noch reden. Bruder, ich hab jetzt nicht... Okay. Wo sind die denn? So. Hi. Hallo, ich bin aus deiner Klasse. Ja, wer aus denn meiner Klasse? Das sind viele aus meiner Klasse. Bruder muss los. Hier sind wir ja keine Gegner. Life Event ist in zwei Stunden. Bruder, fetter Wolf. Ohne Witz, ey. So ein Fettsack. Kapper. Lukas, ah lol. Aha. Kannst du ja grad nicht mitschieben, weil wir sind so viert. Sorry. Ich hab mich... Ich hab mich so... Yes! Gerade so. Ich bin der erste Team, der das Schild hat. Und jetzt bin ich aber auch der Team, der mit dabei wenigsten Schild hat. Best life ever. Meins. Ich hoffe, heute kommen diese Winter-Zombies. Ich würde grad fast Nazi-Zombie sagen. Ich frage mich ja nur, warum könnt ihr nicht reden? Vorher konnten wir reden. Wir pranken nicht und die haben einfach... Nicht, keine Angst. Hint. Diga. Fett gut. Fett gut. Fett gut. Glaublich. Muss sein. Drip und auf. Drip und auf. Das sind so dumme Geräusche. Ah lol. Davor war ja das hier noch da. Das hier und das hier. Jetzt ist noch das oben da. Schau ich für die letzten zwei Stunden ist es dann weg. Und dann wird schon irgend so ein... Irgend solche psychisch kranken Sachen damit passieren. Ja, ich weiß, der ist jetzt so. Na, ich spiele gerade keinen Random Squats. Ich kann irgendwie gerade nicht reden. So. Die feilen diese Tanzmega. Das ist irgendwie... Ich stelle... I love it. Ist der Party-Chat gegangen? Nee, ist er nicht. Lul. Aber Raven, gleich wäre er da. Warum redest du nicht, Johnny? Warum redet ihr nicht? Warum redet ihr nicht? Wir reden nicht. Hä? Bei mir... Schwere, bei mir redet ihr nicht. Bei mir re... Hä? Bei uns redest du auch nicht. Hä? Ich muss ja ganz muten im Stream. Warte mal. Hä? Aber im Stream haben wir uns gehört. Hä? Warte mal. Warte mal. Wie gleicht der da? Wie denn? Warte mal. Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? So, höppe, äh, Johnny? Oder muss los? So, was habe ich gemacht? So. Oh, brä. Moin, ist Titus wirklich ungelootet? Oh, Moin. Brä, warum? Wir sind ja Gegner. Gott. Karan ist ja gestorben. I love it. Simon, wo habe ich es denn so holt her? WTF? Ich bin gar nicht richtig aufgefallen. Tilt ist ja wirklich halb ungelootet. Besser ich gehe es selber. Ich bin unten hier und ich gefühle, unten ist immer eine Kiste. 100%ige Kiste, Spot confirmed. Ja, moin. Also, da waren zwei Leute. Lul. Oh, danke für den blauen Punkt. So, da ich ja nicht so gerade der größte AK-Fan bin. Bitte, die ruhig haben. Bamba-Zomber. So. Ja, ist dann. So. So. um So. Letzt werden es in 1 Stunde und 45 Minuten. Nice. Oh, ich habe die Sneak-Taste weggemacht. Das ärgert mich jetzt schon. Jetzt muss ich noch ein bisschen Einstellungen was einstellen. So, Einstellungen. Angepasst. Vorher in der Warfie. Sneaken mache ich jetzt einfach. Ich habe mich einfach hier meistens nicht. Ich kann das reparieren. So. So. Ich muss ja richtig weit umsehen, aber besser als nicht. LOL. Könnte Epic-Bühne werden. Ich bin schon der dritte, Alter. Aha. Ist ein Vogel leider mal wieder am Start. Aha. Sehe ich da wohl ein paar Gegner. Nein. Ich weiß es ist lecker schon. Aber junglisch. Ich schwöre mich jetzt. Ich schwöre lasse ich es. Ich schwöre das haben wir den Minis liegen. Scheiß auf. Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh! Nein, Mann! Natürlich sind da noch tausende andere Leute! Toll! Kommt einer schon, kommt der nächste! Du hast schon den Schatz gehört? Nein! Ja, okay! Vielleicht geht er erst in der Lobby wieder! Ja, wir sind auch gleich in der Lobby auf jeden Fall! Ja! Hallo? Hallo! Warte mal! Bist du es, Lukas? Warte mal! Warte mal! Hallo? Warte mal! Warte mal! Ich weiß nicht, wir können den nicht hören! Was ist das für ein Bug, ey? Vor allem, immer abwechselnd! Wahrscheinlich nächste Runde! Könnt ihr mich nicht mehr hören? Ja? Ja, gut! Hm? Ja, gut! Hm? Ja, gut! Ja, gut! Hm? Ich weiß nicht, 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 ich Oh, jetzt ist die Shifty Action. Julian, wenn du uns hörst, mach... Nee, das Polar Peak, das Polar Peak, das Polar Peak. Hey, hallo. Nein, da werden Tausende hingehen. Ah ja, hört uns, hört uns, hört uns. Sexy, I know it. Ihr habt Loser-Tanz und ihr, wir haben Loser-Tanz und ihr nicht. Ja, warte mal, Jürgen sagt was, Jürgen sagt was. Ah, Jürgen sagt was, Jürgen sagt was. Oh, komm, Jürgen? Hä, aber ich hör, Jürgen! Nein, ich auch, ich auch, ehrlich. Genommen. Oh, ne Raffgitter geschwendet. Habt wohl die, hä? Scheiße, trocken. Nein. Wer hat Bock, gleich Mongrads-Parcours zu spielen, Kappa? Keiner. Ja, hab ich auch keinen Bock. Lass Polen, äh, äh... Nein, ich hab hier nicht gespielt. Kappa. Äh, Julian, wir beide gehen Polar Peak, okay? Keine Ahnung, weil es können... Ich geh hier hin, okay? Ja, mach doch. Nein, einzig Camper, du musst mit uns kommen. Nee. Du bist der Weg von uns. Okay. Ja, ist halt so. Jürgen, du? Johnny Baller, hast du so Johnny? Nein, ich weiß es nicht. Ich glaub, hier kommt gar keiner mit hin. Ich, die graue Technik gehört mir. Ich kann's nicht. Wahrscheinlich so, täglich so, wahrscheinlich so. Wahrscheinlich täglich so, jede Stunde so, muss trainieren. Wuh, 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 wuh. Ah ja. Vielleicht jemand ne blaue Pumpel hier in dem kaputten Haus liegt eine. Ich hab eine blaue Technik. Ich nicht. Lol. Ich hol mal den Pumpgarten ab. Ich hab nur ne graue Technik. Leckl. Leckerschmecker. Ich hab auch nen Schlöpper gefunden. So hätte ich meinen Schlöp trank. Keine Ahnung warum. Das ist Schlöp. Schlöp, 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 schlöp. Was? Leonardo da Vinci, komm her. Leonardo da Vinci! Was hast du eigentlich für Probleme? Keine Ahnung. Warum hab ich jetzt zwei Scars gefunden? Ey, gib eine. Gib mir eine. Ja, bei mir ist eine. Bei mir ist eine. Der, der ist, der ist, bei mir ist kriegt eine. Scheiß auf den Chat jetzt. Ich komm lieber. Nein, Julian bekommt die. Schau, 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 zwei Stück. Kann ich mitzocken? Wir sind schon zu viert, sorry. Gerade. Oder wir irgendwer leften. Ne, ne. Okay, das war sehr eindeutig. Das ist das Beste des Wortes. Genau. Wir haben jetzt den Sieben holt. Die sind aber leise. Die letzte ist kleiner. Oh, da. Ach so, Mini? Fällt irgendwann Minis ein? Nö. Hab ich grad Schlöp dran getrunken. Ja, dann trinkst du ihn auch. Aber irgendwie nah, ja? Für mich. Alles nur für dich. Ich baue mal. Ich hab keine. Ja, aber hier dort hinten. Ganz hinten von Shifty. Wirklich grauer. Ja, kannst du schon Spaß damit haben. Hallo? Ja, was? Schade. Nein, nein, nein. Als ob das nur Schottisgas sind, ey. Nee. Oh, willst du? Nee. Puh. Ah, geil. Oh, ich hab, äh, ich hab Minis gefunden. Den bekommst du schonmal nicht, Julian? Ja, jetzt ist zu spät. Ich brauche auch keinen mehr. Meil Julian Fisch. Ach so, Minis sollen nehmen. Lass du mal Dings gehen. Julian braucht zwei Minis. Die gibt mir her, die Scar. Warum? Viel Minis. Oh, Gegner! Hast du mir die Minis gebraucht, oder? Einer ist hin. Hab den, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein. Hi, Lut! War das noch einer? Tick, Lutka, ja! Lecker. Erstmal Lut wälzen. Julian! He, 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 he. Hey, Wau, Wau! Wau, Wau! Wir leben euren Kumpel wieder! Ne, komm mal rein. Ja, warte. Warum liegt das? Lust dich, lust dich, tralalalala. Weiß ich da nicht los. Lungen du. Wenn ich jetzt gesmapped werde, kriegt die so einen schluckigen Frisch genug. Doppelheile. Doppelheile. He, 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 he. Das war du mit Becky. Geil, komm mal her, komm mal her. Julian! Hier, für dich! I love it. Ehrenberg. 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 Ehrenpoler Eben. Hier sind, hier sind Pumgarnne blaue bei mir. Ich hab genug. Wir müssen blauen Pumgarn. Wer will die? Hier unten. Ding ist gar cool. He, 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 he. Äh. Das Problem ist, wie komm ich jetzt raus? Ich hab keine Metz. Hä? Bau den Boden ab. Schade. Ah, stimmt. Mein Baum. Ich hab vier Holz bekommen, bin stolz auf mich. Mein Baum. Mein Baum. Ein Bild noch. Wo er ein Bild? Wo war nur ein Bild? Er ist ein Fettbild. Auf das welcher Bild. ich habe eine goldene ich habe die epische neue sniper ich habe hier um ich habe einen mini gedroppt bei mir kann ich nicht mehr bauen ich krieg die ne aber ich hab nur so ne scheißpistole mit zielfernrohr ne ich hab nicht mehr rum ich hab der so diegel das ist geil der so diegel ne dann tauscht wir kommen tauscht wegen was? ah ich hab schon dualpiste ist noch besser nö ich hab schon dualpiste die ist genauso gut lagern wo? sag den koordinaten! ja da unten sehr gute wo? sag doch mal koordinaten! dicker wo ist auch der gegner? dort der läuft weg lasst pushen lasst pushen lasst pushen wir sind zu viert ja und der ist alleine ey könnt ihr mal auf das für mich zu bauen ich würd's nur selber bauen oh mein gott er wird sich so verarscht fühlen wenn wir alles zu viert auf ihn gehen der ist white! der ist white! der ist white! der ist der arme! hab ihn! knocked! da kommt der team jetzt kommt! der team jetzt kommt! der team jetzt kommt! ich hab auch nix! hat 100 headshot? er hat mich! er hat 30! der ist one shot! der ist one shot! der ist one shot! bewerf mich! bruder! der hat mir einen one pump gegeben! ich hab auch keine armonie! ich hab auch keine! ich hab 30! dicker gib die montagen her! nein! sag es nicht! ich brauch montagen! ich bin no life! ich hab auch an ei! komm her, komm her! komm her, komm her! würde ich sagen! das während wir dual aux liegenden scheiß drauf! halte, 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 halte durch! ich bin 1981 fleiß pesant down!! die reaktiv begleitet ich kann wegfliegen ganz schnell ich fliegs einfach ganz schnell mit reaktiv begleiter in die zone hier informiert hat der irgendwie armonie für mich nein! Ich brauche aber welche. Ich könnte ein Jump-Head kaufen. Ich könnte ein Jump-Head kaufen für 300 Holz. Ich könnte ein Jump-Head kaufen für 300 Holz. Danke, du hast mich aufgebaut, danke! Was hat das denn da? Er muss nicht für mich. Ne, ich habe auch nur 30 Schuss. Hat unser Sniper im Mund, ich habe nur 6 Schuss, das Sniper. Ah, kommt her, ich habe über 300 Schuss, ah ja. Ja, komm her, gib auch mal 100 ab. Ich habe 30. Nein, gib mir jetzt mal, jetzt gib mir mal her. Sniper-Muni, Air-Muni und Sniper-Muni. 40 Schuss. 40? Und Sniper habe ich 7. Gib mir auch ein bisschen Sniper-Muni ab. Ich habe Sniper 0. Sniper, gib mir auch was ab, Sniper. Ich habe 10, du hast keine Sniper-Muni. Ich habe 7. Wir müssen Zones. Ich habe auch 7, weil du beschwertig bist. Ich habe gedacht, das ist mehr, weil du hast ja auch so viel Air-Muni und alles, sorry. Ja, will wir in der Quadrambe mitfahren? Keiner. Ja, viel war es keiner. Alter! Ah! Ah! Sorry. Ey, locker, ich sterbe jetzt von der Zone. Sorry! Ich komme nicht kurz, ich habe 0 Mets. Sorry, John. Das ist doch nicht sterb. Sorry. Dann versuchen wir auch für dich einen Win zu holen, okay? Oh mein Gott, Goldene Heavy. Willst du Blow-Up haben? Ich habe 30... Ich habe 70. Oh mein Gott. Mega Stunt. Ich habe das Schild verloren. Das schon. Ja, Johnny will es leider nicht schaffen. Besuchen wir für Johnny einen Win zu holen. Ja, wir ehren seine Ehre. Ja, weil Luis mich da liegen lassen hat! Digga! Passt in der Quadrambe drei Leute rein? Nein! Ja! Sorry! Ja, ich höre wohl nicht! Weil hier bist ja noch aufgeraunt. Nächstes mal nehme ich den Luis, das mal nicht bin ich, das mal nehme ich hier in den anderen. Nee, sorry! Ja! Alter, ich habe keine Mets, um da hochzukommen! Oh, was so. Fuck, ich bin viel zu langsam! Alter, ich muss mich so gut machen! ich jetzt hier ja und ich habe 30 ap ich habe 30 ap ich kann nicht sorry hört auf zu reden da sind gegner vielleicht nicht eingeschaut natürlich eine leute zu 30 ap tschüss und mich wird geschossen ich hätte meine reaktiven gleiter geben sollen sorry ich habe nicht daran gedacht ich war so gestresst von der zone sorry sorry ich habe nicht daran gedacht mein gott schießt mit der pg bin tot ich habe schon drei leute attackiert wir sind tot wir sind tot hier wurde auch gefinisht ich werde auch gleich tot wir sind tot ich bin tot ja ich bin tot ist ein mega schwitzer ey schau mir mal zu ich hab doch mal heiße man bei mir sind gegner ja 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 ich kann nicht ich will jetzt ich will ja stirb 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 guck dir das ein noob an ja ich hab ein kill wir haben fünf kills insgesamt gemacht ich hab zwei gemacht ich hab zwei gemacht ich hab zwei gemacht ja ist mein name so hallo 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 ah du fressen was würdest du nur hallo machen hallo hallo fressen eher hallo 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 Papa. Lieber, wir gucken in den Scheiß-Ziehnen. Ich muss nur 5, wenn du dein Ziel verstehst. Papa. 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 Und wie lange wir hier wieder im Ladebildschirm sein? So, hallo? Julian? Ja? Hä, wir können die nicht hören. Was? Es sind wir beide, die nicht hören. Mega epic, was habt ihr aus diesem Game gemacht? Ein, äh, wir verstehen dich nicht, Game. Kapu, ey. Okay. Was kannst du eigentlich? Du auch? Was? Denkst du auch nur so, epic, was kannst du eigentlich? Oder? Nein, Spaß. Ich komme. Ding dong, schlaf heut nicht einfach. Komm zu mir. Johnny und... Johnny und Orsering. Johnny und Orsering. Na, Spaß. Habe ich noch. Habe ich nocht? Ich habe zwei genockt. Ich habe zwei genockt. Ich habe zwei genockt. Oh, ich habe zwei genockt. Ehre. Ich habe zwei genockt. Ich habe zwei genockt. Habe ich noch einen Hits? Ja, ich bin... Eriven, geh du raus, Stubber, und loote. Hast du Rokettes vielleicht? und du bist jetzt was vielleicht ja ja ich habe 40 ich habe nur eier im winter mit granat ich habe ich habe 4 kills wir haben insgesamt 7 von hinten von wo ich auch alter baum bei ende ungefähr dort ungefähr so eine granaten hingegangen sind hinter hinten hinten rechts ungefähr hier vorne hat hit die alte rockets lecker wir haben 8 kills ich komme hoch ich komme hoch Es sind zwei RPGs, oder? Ja, es sind zwei RPGs. Digga, ich backe hier fest. Hier sind Bandages. Hast du Pistil, Muni? Bitte, hast du Pistil, Muni? Bitte, ich habe nicht so viel. Ich habe gar nichts fast. Danke. Hast du auch eine Air-Muni? Ich habe nur 21. Gib mal bitte was. Schnell. Okay, Ehre. Hast du eure Rockets? Ich habe nur eins. Ja, ich habe neun. Ja, gib mal. Hier ist noch ein Rocket-Launcher für dich. Ich bin der Muni, Gott. Gib schnell was, hier. Hier, ich habe mir vier Schuss noch gedroppt. Jetzt müssen wir nur ein bisschen ein Schild finden. Das war so übel scheiße, wenn du jetzt gestorben bist. Ich wollte doch mit meiner MP umzusetzen. Wir haben neun Kills. Außerdem auch über 30 Leute. Kontrollen. Ja. Ich kann keine reaktiven Gleiter mehr mit. Obwohl, ich habe immer reaktive Gleiter statt hier. Grappler mit. Oh, ich habe jetzt acht Rockets. Wie viele Rockets hast du? Äh, fünf. Okay, das geht schon eigentlich. Ich habe drei mehr, so ist es egal. Puh, ich brauche mal wieder ein paar Mets. Ich habe nur 120. Ich habe 404 heute. Mois. Gib mal ein bisschen, gib mal hunderte Fert ab, ja? Ich habe 464 heute. Ich habe 180, ey. Gib mal 100 her. Okay, eh, da zahle ich 300. Kopfjuck. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Leben. Couch EC. Vielleicht könnte ich vielleicht ein 20er-Bomb insgesamt werden. Oh, geht da bei mir? Drei. Hat Hits? Hat einen Hits? Hier beim Hausdruck, da wurde siehst du ja, wurde gebaut. So, da muss los. Oh mein Gott! Der hat mich komplett weggelasert. Der hat mir über 100, fast 100 Leben abgezogen. Hast du vielleicht hier oder so? Nein. Ich kann nicht. Digga! Das Wasser wäre komplett. Hi. Ich habe auch Julian gehört dafür. Ja, alles klar, toll eben. Schade. Aber war eine recht gute Runde. Wir haben neun Kills gemacht, insgesamt neun. Oh, shit. Ja, ich hatte vier gemacht. Ich habe direkt am Start hier ein ganzes... Drei... Ich habe direkt am Anfang drei Leute genockt und gekillt mit einer AK. Und dann habe ich halt noch mit Granatenwerfer zwei Leute genockt oder so. Jetzt hören wir uns alle wieder. Ja. Sorry, Leonid. Warum hören wir uns nur in der Lobby, aber nicht in der Lobby? Ja, ich habe nur Julian gehört. Ich habe nur Dings gehört, Johnny. RIP. 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 RIP Fortnight. RIP Fortnight. RIP Fortnight. RIP Bucknight. RIP. Argymein. Aber Sorry, die war ja schon ne gute Runde, ne? Ach, übrigens, Sorry dich. Hm? Nerf mich. Ich hab bis vorhin gedacht, dass meine, ähm, Empfing-Nachplan war. Egal. Sonst hast du die Au locker bekommen, glaub ich. Ja. Schade in den Heuen. Ich schreife nur in meinem Käse. So. So. Ding. Hallo? Ja, hi. Johnny? Ja! Ja! Ja, Ere! Genommen. Wir haben Fortnite die Ehre genommen. Wir haben Buckleid die Ehre genommen. Ja! 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 Ich bin Fatal! Beste Ort! Jetzt sind wir Hyped! Wir sind Hyped! Das ist endlich alles! Ich will dort hin! Ich kann hier auch springen fahren doch jetzt! Wir haben Johnny. Wir sind schon alle. Wir sind alle draußen. Aus dem Bus. Bussi! Du bist ne kleine Tussi! Loll! 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 Da kommt einer! Da kommt einer! Da kommt einer! Da kommt einer! Da ist er irgendwo! Da! Ja! Hier! Ja! Boi! Du findest die, ich gehe zu Johnny. Oh ne, Scheiße. Ahja! Wo willst du zu mir fern? Ja, ich wollte grad gehen ey! Ich wollte grad mal auf den Weg... Jetzt kann ich umgehen! Ich wo... Ey, da chill doch mal! Lieg mal die Waffe dran! Die Person ist ¡Hier! Ja! sorry johnny sagts schon zum zehnten mal jetzt schrieb luka warte ich gehe zu lukas schümmel und sagt ähm ob der wappen wohl nicht äh ist der hacker des jahres alter was der hacker ist ja also man kennt ihn down ja der andere ist da äh scheune das sind echt die hacker des todes beide ja ich könnte knapp werden ja warte ich bin erschienen ja warte ich bin erschienen oh my god der camp dort unter treppe schnell du kleiner scheiß 31 guck dir diesen bot an mann ich kam gerade und dann hat er die schule digga was guck dir den an ey da kann nichts anderes außer finne schon unter der treppe campen das ist ein rechtes aufpacken der raide worte du schlechtest wir holen euch noch einen keine sorge ja warte ich bin grad ich bin grad noch die können die mal aufhören immer zu stottern oder was ihr da immer macht ja bei mir legen die auch da rum ja bei mir legen die auch da rum ja bei mir legen die auch da rum ja ja nein ja 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 jetzt kann ich dich wieder ganz normal hören nicht ist Sonny ist auch voll der geil in der Arme. Sonny spielt wieder. Da, jetzt kann ich euch schon. Sonny Depp. Sonny Depp. Sonny Depp. Sonny Depp. Sonny Depp. Sonny Depp. Am Heiz, ich muss noch in die Wahlwanne. Guck mal. Was? Sonny Depp. Jörg, musst du auch noch in die Badewanne von Andreas? Ja. Digger, wir müssen auch in die Zone, das müssen wir auch. Ja, aber danach muss ich bei Andreas in die Badewanne gehen. Sonny Depp. Sonny Depp. Oh mein Gott, irre. Äh, gibt's schon einen Moderator? Ähm, ja, äh, Alex, ich gibt dich gerade gerade einen Moderator schon. Nein, ich hab keinen Moderator gekriegt. Nein, irre. Ja, ich bräuchte nur mehr Funken, dann hätten wir alles. Oh, das ist auch Müll. Dann werden Sie entfernen. Dann sterben wir natürlich alle direkt am Anfang. Alter, das klappt aus, Luis. Hä? Was ist das? Du bist in deinem Arsch. Sorry, Stürme. Sorry. Wir werden in die Zone kommen, ne? Ach, ja, ja, ich hab auf dich gewartet. Ach, wieso? Alles was ist wieder nur auf dich. Nein. Ja, ich muss nur die Schöpfung nutzen. Aha. Mein Inventar wäre ohne Handybleiter nur episch und Gold. Nein. Wann gibt's Essen? Gleich. Gleich. Alter. Alter, wenn wir schon von Essen reden, ich mach mit euch Essen. Boah, ich hab übelungen, Alter. Toll. Alter, ich auch rum, Alter. Alter, es gibt's Essen gleich. Alter, halt dein Maul, ich krieg gleich auch Hunger. Es gibt's Essen, es gibt's Essen. Eskalation. Eskalation. Ah, du. Wir sind ja so auf. Ey, bitte lass mir den Knutsch. Ey, bitte lass mir den Knutsch. Also. Wann ist das Event? Nimm du. In einer und in acht Minuten. Alter. Nimm du doch jetzt. Ja. 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 Wann? Wir müssen jetzt in die Zone. Ich bin Flucht vor der Zone. Scheiße, die Kunde jetzt schon auf. Ach, nö. Ich komm mit Jumpett um von oben hier zu landen. Flucht vor der Zone. Ja, da ist ein Flugzeug gerade runtergefallen. Boah, da wird gesnapt. Es ist mir jetzt sowas von egal, ob es Schaden an der Zone kriegt. Ich will mir die Pankern. Ja. Junge, Julian! Wird doch eigentlich begleitet, fliegt doch mir gleich dann. Der ist eigentlich ein Deitan. Ja da ist er wimschig. Ja ähl' das vom. So. Ohhhh! Lass direkt in das FD-Vo dran! Ballen sehr gut und ruhig! Lass mal hin pushen! Ach ne, da ist Zone-Zone-Zone-Zone! Ohhhh, ey! Alter, wie weit muss man denn immer laufen? Nö! Oh, da vorne sind noch mal welche! Wollt ihr mich verarschen? Massenfight! Digga, ich misch mit, warte doch los! Da, ich bin müde! Warum? Keine Ahnung! Hab ich gesehen? Ich hab's doch nicht gesehen hab! Soll ich mit Dings hinschießen? Komm nach hin! Was? Wollen wir nicht? Hatschall! Nein, oh, da hinten ist! Nein! Oh, da hinten ist! Und der andere? Der andere ist dahinter! Ich muss gucken, die Sniper, weil ich brauche, wie wir nicht auf Fernkampf gehen können! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Wissen! Ey, jetzt ohne Krack! Digga, ich will jetzt nicht überleben! Du hast eine reaktive Glider! Ja, trotzdem! Die bringen mir ja nicht viel! Doch! Die bringen mir ja extrem viel! Viel ist mehr als ein Grappler! Auseinandergenommen haben wir die! Toll! Ich weiß nicht, ob ich es überlebe! Äh, überlebe! Jonathan wünscht ihr würdest auf jeden Fall überleben! Ja, es wird zumindest laufen! Vielleicht wieder da! Ja, vielleicht wieder da! Ja, okay, gleich wieder da! Ein Bandisch, das brauche ich noch! Ein Bandisch, das brauche ich noch! Ein Bandisch, das brauche ich gleich noch! Geh dann! Nein, ich bin gleich schnell wie die Sonne! Nein! Ich bin nicht in der Sonne! Ach so, okay, Monique! Ich kann gerade nur nachgucken! Ja, äh, lauf erstmal! Pass auf, nicht da links hinlaufen! Nicht da links hinlaufen! Komm, komm hier rechts hin, ist egal! Ich bin der Gegner, oder was? Ich bin der Gegner, oder was? Ja! Ja, ich hab zwölf Rocketmoni! Oh! Nein, 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 nein! Noch zu laufen! Ich steig raus! Pass mit, pass mit, pass mit! Noch mehr! Pass auf! Äh! Nein, da ist doch einer! Da ist noch einer! Der ist jetzt! Versuch's, versuch's, genau! Ab und auf! Oh, 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 Mann! Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt! Der kommt, der kommt, der ist jetzt nicht weg! Der ist tot! Der ist tot! Die sind leider den 100? Ja, du musst noch aufgessen! Hi. Was? Hallo. Wurde erst mal von Adventsschwitzer gekillt. Du wirst dann schwitzen. 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 So. Ich werde mich jetzt erst gehen. Keine Ahnung. Hallo? Ja. Vor allem, wie das sagt, er streamt bis zum Event. Und dein Stream ist jetzt schon vorbei. Von wem? Hä? Nein. Das geht so nicht. Ach, es streamt ein Seekamper auch? Ja? Ja. Wie heißt du? Wie heißt du? Muss ich hingeben, heißt du? In einer Stunde, fast genau, in einer Stunde und ein paar Sekunden. Wer hört euch schon wieder Barbie 2.0? Wer hört euch schon wieder Barbie 2.0? Ich finde uns nicht. Juliaden? Einzel... Ach so du, so hast du geschrieben. Ich bekomme gleich einen Copyright-Track, glaube ich. Ja, safe. Wenn ich bekomme, ist ein Copyright-Track gegen euch. Einzel... Lass mal... Lass mal The Block. Bei mir kommt Ausbildung zum Einstieg hin. Das kommt bei mir auch immer. Einstieg Kämpfer. Du musst einfach nur statt A, E, E hin machen. Ja, aber dann kommt so eine Militärschule wieder. Nee, dann mach A, E hin. A, E und... Und mach das SR weg. Also mach... Mach vorm SR... Vor dem SR noch einfach... Hier... Einmal Leertaste klicken. Hey, wo... Hey, wo geht hier hin? Tilted. Hast du gedacht, wir gehen The Block? Hä? Ich wäre für random gesagt. Lass The Block gehen. Dann dachte ich, okay. Hat keiner gesagt. Geht's einfach auch nicht The Block. Äh... Juli, lass einfach The Loot Lake gehen. Juli, wir gehen The Loot Lake. Wir sind einfach alle irgendwo anders hingegangen. Fast alle. Hallo, schnell. Komm mal, einer. Ja, ich kann auf jeden Fall sehr gut kommen. Ich bin schon hier im Moment gelandet. Johnny. Ja, was? Komm mal, schnell. Okay, warte. Yes, Papa. Ich geh in die falsche Richtung. Ich soll voll voll... Ich will trotzdem sterben. Mann. Ah, Juli, hast du schon als diesen 2 spielst? Juli, spielst du mit diesen 2? Wer? Spielst du mit diesen 2, Juli? Ich spiel nicht mit diesen 2, Juli. Doch, du hast den Siegesgleiter, dass ich jemand aus diesen 2 bekommt. Ah, diese Schneeflocke. Den kriegt man immer. Hä? Ne, diese Schneeflocke. Ich spiel auch, ähm. Ich spiel auch, ähm. Ich spiel auch seit diesen 3er sind, hab alle Gleiter. Oh, Mann. Der hat mit Triple Headshot gegeben. Hacker. Ich hab gesprungen und er gibt mir 100, er gibt mir... Komm, schnell. Wir helfen mich einfach. Äh, Johnny will ich nicht zugucken. Schnell. Digga. Julian. Digga, ich will doch gar nicht da zugucken. Der Hack. Der Hack. Der Hack. Der hat mir in der Luft Schribble Headshot gegeben. Guckst du dir an, die Hacken. Die hacken einfach die one. Die Biepse, ne. Guckst du dir die an. Die finden mich nicht, die finden mich nicht. Junge, das war die beste Runde, wie die William hat gespielt. Ich weiß. Er findet mich. Nein, er guckt unter Wasser. Ich bin kein... Natürlich trifft er mich, Herr Spitzhacke. Hacker. 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 Hacker, die treffen mich. Leute, ich tu mich auf Ehre jetzt killen. Auf Ehre los. Hallo, reicht doch auch. So, ich muss hier ganz niesen, ich muss hier mal ganz kurz niesen. 385 macht die Schaden, oha. 385 macht die Schaden, sehr gutes Deutsch. Ja, ne? Jawohl. Au, 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 au. Hallo? Oh, nö, gar kein Bock, ey. Oh, nö, der beste ist geliebt. Oh, nö, gar kein Bock. Albatros. Hallo? Hallo? Hey, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt kann ich hören, jetzt kann ich euch hören. Klickt mal bereit, Läufer. Hab ich. Und wollen wir 1 gegen 1 gegen 1 spielen oder 2 gegen 2? Ja, 2 gegen 2. Ja, wer gegen wen? Ich bin mit Bruce. Ich bin mit Bruce. Ja, ja, Johnny. Äh, kannst du mich Leonard nennen? Leonard oder Vinci, kannst du ihn auch nennen. Und wir sind der Ritter-Squad, wir sind der Ritter, das Ritter-Bur, ja? Ich hab auch Flügel, ich hab auch Flügel. Ich hab auch Flügel, ja, okay, Julian? Ich hab die hier. Oh, wo ich denn wieder doch das Schwert, nimm auch das Schwert, ja? Ich hab das Schwert nicht. Nein, lass doch zusammen 1 spielen sein. Nee, 2 gegen 2 oder wollen wir 1 gegen 1 gegen 1? Alle gegen alle. Nein, ich würde 2 gegen 2 sagen. Sollen die dann auch 1 spielen? Nein, ich hab's übergeschafft. Vielleicht gibt einer von euch einen Copyrightszeug, das ist euch bewusst, oder? Digga, macht bitte die Musik aus. Ich bin ein Livestream. Obwohl wir jetzt in den... Ding, donklau, ding, donklau, ding, donklau. Zuschauer, wie viele Zuschauer hast du jetzt, Antikämpfer? Null. Null? Ja. Och, schade, ich wollte die gerade abwerben und zu Standards-Gee bringen. In welche Lobby gehen wir? Meiner. Äh, meiner. 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 Okay, wir gehen in Einzelcamp-Aus. Wie das sagen wir? Einzelcamp-Aus. Ja, aber mit welchen Waffen? Äh, keine RPG-Ite... Oh, das ist meine M-Map. Ach, wo ist hier der die M-Map? Lass, lass es weiter spielen. Nicht zurücksetzen, lass mal in das Spiel. Ja, wir machen uns einfach keine RPG-Waffen, keine RPG-Waffen und die neue Shotgun ist auch nicht erlaubt. Ja, die mit 220. Wir nehmen einfach die Waffen, die wir wollen. Ja. Du bist, du bist lustig, welche Waffen wie, wie, wie sollen wir denn Waffen kriegen? Ja. Ich kann, ich kann, ich hab den Bug. Ich kann nicht, ich kann keine Rechte geben. Jetzt, ihr habt doch Rechte. Äh, wir machen, ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Wir machen hier, äh, goldene Scar, blaue Pumpgun und goldene Deagle. Und ne Sniper einer Wahl. Ey, nee, wir nehmen einfach die Waffen, die wir auch an wollen. Ja, außer die RPG-Waffen, ja? Die sind ein bisschen unfair. Ja? Mit hier? Ja. Ja, und, ist, ist, ist egal, ist, ist egal. Man darf hier mitnehmen, aber man muss nicht. Mit runterschießen. Ich hab eh falsch, ich mach's falsch an aus, ja? Also, mit was spielen wir jetzt mit? Es ist einfach egal was. Mit allem, mit allem. Wir dürfen mit allem spielen. Außer die RPG-Waffen. Ja. Hallo, die wollen wir uns hören. Äh, nicht stark. Nee, wir dürfen aber nicht spielen. Ich sag, was wollen wir machen? Stimmt, was wollen wir jetzt machen? Äh, wir können einfach, Leonardo da wünsche ich, guck mal für unsere Partien hören wir alle aus seit Julien. Das ist nicht so schlimm dann, ja? Ja, wenn ich dein, wenn ich dein Freund wäre, dann könnte ich das auch gerne machen, aber, ne? Du bist lustig. Ja, oder, ich hab ne Idee, Johnny, wir machen doch Teams und ich und Johnny sind ein Team und ihr bleibt, bleibt in dem Chat. Wir sind bleiben, Johnny und ich sind nicht in einer Party. Ja? Ja, aber das ist auch für Johnny's Essen. Deine IQs 200. Ja, ich und Johnny sind in einer Party und machen wir beide ein Team, ja? Dann hören wir uns beide uns und wir sind dann ein Team. Und ihr beide könnt ja in dem Chat bleiben, also ihr könnt ja beide in eurer, in eurem Team halt bleiben und dann hört ihr euch ja auf, weil ihr in einem Team seid. Ja, aber dann müsst ihr das Team kurz wechseln. Ja, dann wechseln wir das Team, wir gehen aber Partychat dann, okay? Ja. Ja, mit mir, wenn ich jetzt ein Team darf? Mit mir, weil wir sind beide in der Party, können wir es ja hören. Okay, let's, let's go Partychat. Ja, wann geht's denn los? Ja, warte. Ja, warte. Ja, ich werde das Spiel starten. Ja. Nee, wir machen, ich mache ohne Spiel starten und wir machen einfach ganz normal, fighten wir, ja? Ja, okay. Ja, warte. Ich starte gleich das Spiel. Aber unser Eifers werden gekleert. Nee, warte, ähm, ich und Louis müssen halt das Team wechseln, wenn's war's. Aber ihr könnt im Team bleiben und dann, wenn's war's dann, das kostet ja. Lass ihn mal so machen, Leute. Lass ihn nicht spielen starten, weil sonst werden unsere andere Sachen wieder gekleert. Ich hätte keinen Bock aus dem Lama, die lassen uns auf die Hose holen. Aber die können wir wiederholt. Und dann hört ihr euch nicht. Die können wir uns doch wiederholen. Ja, okay, warte mal. So, Skar. Nicht, Spichter. Nein, 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 nein. Du, nicht Spichter. Spichter. Doch. Nein, nein. Ihr könnt euch doch nicht hören. Hä? Ihr könnt euch doch nicht hören, die beide. Ja. Warum? Es ist so, ist irgendwie so. Hey, Jürgen ist doch auch in den Dingschat. Nee, ist, nee. Das ist an sich so. Wenn man hier, hier spielt, starten klickt, kann man sie automatisch nicht mal hören. Außer, wenn man Party ist. Hey, bei mir ging das eben gerade aber auch. Hä? Dann lass es ohne machen. Okay, dann wechseln wir selber Party-Chat. Ja, okay. Ja, Johnny? Ja, wir müssen Team. Ja. Wir wechseln jetzt selber Team. So. Team 2. Ja, ich geh Team 2. Wir gehen Team 2. Hi. Okay, lass Party-Chat gehen, oder? Ja, ja, Party-Chat. So. Okay, nämlich wir rasieren. Okay. Wir rasieren deren Necks. Dann beginnen wir. Jetzt direkt. Warte mal, scheiße, meine Waffen sind nicht sortiert. Ohne Runter. Ohne Runterschied, oder? Weiß ich nicht, wie wir es gemacht haben. Hat mal, ich muss ganz, meine Waffen sortieren. Warte, ich kenne mir, ich muss mir Sniper holen. Hab ihn? Hast du Falsche raus? Ja. Ah, den Nerven hast du schon, okay. Aber ich geh immer weiter. Und wo ist der andere? Also der eine heißt Leonard, und wie heißt der andere? Julian. Julian. Hat 75 Lea abgezogen bekommen? Oh, sorry? Wer ist denn geflogen? Oh mein Gott, der hat ja so einen Laser kassiert. Leonardo da Vinci. Wo ist der Julienko denn? Komm, wir bauen uns so eine Fläche. Er hat die Welt verlassen. Hä, nein. Ja, das ist keiner Welt. Ja, das stand, Gnölweinagenten hat die Welt verlassen. Gnölweinagenten? Also das ist dann Urus. Weil Julian hat hier mit eisiger Roter Ritterin gespielt. Also als Albatros. Ich hab mir einfach gefühlt, die Hälfte des Speichers ist damit verbraucht, dass wir hier die ganze Zeit hier einfach random rumbauen. Warte mal, hör mal, um dich aufzubauen. Okay. Warte, hör mal, wirklich ganz gut aufzubauen. Boden macht drei. Boden macht drei Speicher voll. Wo sind die? Ich geb mal ganz wieder Team 1, okay? Und die halt vielleicht mit dem... Warte mal, ich geb mal ganz Team 1. Und geh jetzt mal in den Game Chat. Ja, Urus ist geläftet. Hallo? Hallo? Julian? Julian? Julian. Hallo? Julian? Julian? Ist dieser Urus, ist hier Leonardo da Vinci überhaupt noch on? Also Leonard? Ja, ist unser Gruppe. Das brauche ich hier schon wieder. TF. Ja, aber wo ist der? Achso, bei ihm geht's essen. Hätte gesagt, bei ihm geht's gleich essen. Ja? Ja? Ich kehle ihn jetzt einfach. Aber ich bin dann sein Team. Hallo, Johnny? Ja, bitte. Achso, ich glaube, du bist bei mir nicht in meinem Team. Warum ist Leonardo da Vinci geläftet? Werden ihr euch rausgekickt, wenn ich jetzt das Match verlasse? Ja, wir werden rausgekickt. Ich glaube, ich habe hier was Geiles gebaut. Oh, nein, oh, ho, ho, no, 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 no. Oh, ho, ho, weh, jetzt geht's kaputt. Alter, ich hab das Beste gar nicht versteckt, wenn wir dann, wenn die wieder kommen, versteckt nicht. Ich war jetzt nicht so dritt, aus dem Ohr ist das gerade geläftet, also Leonard. Aber warum ist der geläftet? Keine Ahnung. Ich lerne die gerade bearbeiten. Oder wollen wir gleich Turtles falsch spielen? Ja, das ist lieber erst mal als G1. Lass ihr Partychat gehen, ja? 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 Ja, Digga, lass, ich wechsle jetzt Timo und wir gehen Partychat, dann können wir es noch hören, ja? Ja. Ja, Moment. Ja, okay, komm. Ja, also ich wechsle jetzt Team. Ich wechsle jetzt Team. Ich wechsle jetzt Team. Ich wechsle jetzt Team, ich wechsle jetzt Team 2. Und dann machen wir jetzt 1 gegen 1, ja? Okay. Ich würde sagen, here we go, oder? Wann ich warte? Jetzt here we go. Ohne Rüte Schützen. Ey, komm schon. Muss mal ohne. Du hast den Silent Sniper, oder? Ja. Ich mag die irgendwie nicht. Obwohl ich mit der Rechthruhe klarkomme, aber Heavy Sniper ist immer mein Favorit mit Jagdgewehr. Ja, moin. Headshot. Heavy Sniper. Heavy. Halt. Ich hole mir jetzt ein Jagdgewehr, anstatt die Heavy Sniper. Damit will ich noch besser. So. Wir sagen, here we go, oder? Nein. Böse. Here we go. Oh, nö. Gar keinen Bock hast du, oder? Nee. Oh, nö. Gar keinen Bock, ey. Hast du dich gerade erschrocken? Alter. Ich komme, Johnny, so. Johnny, Denise. Alter, scheiße. Soll ich mal full tryhard spielen? Ich habe 41, ich habe ein bisschen tryhard, also. Ich kann, glaube ich, noch mal gucken. Ich bin kein tryharder. Darauf habe ich schon mal gar keinen Bock. Ey, ohne runterschießen. Ey, das ist auch ein bisschen scheiße, wenn du da um, wenn jemand da kämpft und du kannst einfach nicht runterschießen. Jetzt einfach guck dir das an. Ich konnte dich nicht runterschießen. Jetzt hast du die ganze Zeit. Heilgang, ist da unfair. Das war die ganze Zeit offen, aber okay. Warte mal. Er ist das gleich wirklich joint, Leonard. Nö, ist er doch nicht. Kappa. Let's go. Ey, du hast jetzt die ganze Zeit halt high ground. Ich weiß halt nicht, wo du bist. Ich hätte schon gesehen. Digga, ist das so dumm, ey. Oh, nö, ich habe gar keinen Bock. Alter. 5 HP oder so, oder? Ja, 20. Ah, du kannst mich nicht kümmern. Ja, warum? Okay, oh, Glühwein, jetzt Leonard ist auch mal wieder am Start, ja? 33er Hit. Oh, Leute, ist wieder hochs. Junge, ich, ey, ohne Scheiße, das war gerade so assi, aber wirklich. Sorry. Alter, Löh, warte, hier im Game Chat gehen. Hallo? Hallo? Ich nehme das gar hier, Kappa. Hallo? Johnny? Johnny? Ich nehme das gar아. Das war's. Digga, der schießt mich einfach runter, obwohl ich runterschießen nicht erlaubt ist. Alter, ich hab grad Leonas Ehre genommen. Du, hör mir mal zu. Und zwar, weißt du was, kein Wunder, dass der eine disconnected ist, weil du auch die ganze Zeit herumfliegst, kein Wunder. Ja, er hat hier, guck mal Digga, er hat mich hier runter geschossen. Wow, du brauchst keine Ausrede zu machen. Ja, vielleicht aus Versehen. Sorry. Und das... Sorry. Ich bin jetzt erst mal die drei gegen mich. Ja, weil die... Weil, guck mal, weil du auch Teil... Kein Wunder, weil du auch bis jungen bist. Deswegen gehen alle auf auf dich. Okay. Ich schieß mich jetzt an. Er ist jetzt ohne, aber du schießt mich an. Wer schießt mich die ganze Zeit ab? Ich bin jetzt nicht. Ich schieße gerade nur auf hier. Ding ist hier. Ding ist hier. Leonardo. Revenci. Digga. Ich bin voll verwirrt jetzt. Ja, jetzt fliegt er auch. Diesmal pausenlos. Digga. Jetzt fliegt er auch noch pausenlos. Digga, hat... So. Das fliegt ja. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay. Kannst du bitte einstellen, dass man es direkt sofort abmachen kann? Also wenn man was schlägt, ähm, dass es direkt kaputt geht, kann ich nicht mehr. Also wenn man was schlägt, ähm, dass es direkt kaputt geht, kann ich nicht mehr. Wenn du ihnen sagst, dass sie nicht die ganze zeit extra fliegen. Das ist das auch verpförend. Mach ich gleich. Mach ich gleich auf hier. Mach ich gleich auf hier. Wart mal. Er schießt gerade auf mich. Ich muss ihnen ganz was die Ehre nehmen. So, er hat schon mal 70 Schaden kassiert. Und jetzt kann ich das ganz schön machen. Digga, ich schieße jetzt schon wieder auf mich. Digga, ich schieße es auf gerade Zuh threatens, Tag. Wenn ja, dann läch dich. Ich schieße jetzt schon wieder auf mich. Hast du gerade auch auf mich geschossen? Nein, ich mach was anderes. Ich brauch schon was. Der fliegt halt pausenlos. Ich hab einen 150er Ping. 300er. 400er. 500er. 600er. 700er. Nee, ey. Jetzt hab ich die ganze Zeit so einen schlechten Ping. Jetzt hab ich gar keinen Bock mehr. Jetzt hab ich gar keinen Bock mehr. Papa, machst du irgendein Update? Was? Mach ich Pause aus dem 500er bis 700er? Ja, sogar 7000er? Nice. Fortnite ist abgestürzt. Je, was? Toll, ey.